Hier spricht Ihr Kapitän. Wenn Sie Ihr CO2-Jahresbudget bereits überschritten haben, müssen wir Sie bitten auszusteigen. Danke sehr und einen schönen Urlaub. Dankeschön. Da lang bitte. Kondensstreifen am Himmel sind nicht das einzige, das Du in Deinem Urlaub hinterlässt. Beim Urlaub zu Hause schützt Du Klima, Umwelt und Menschen. Deine Reisen kosten mehr, als Du denkst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017